Nach dem Kuh in Australien wartet, wieder auswärts der nächste dicke Brocken auf das deutsche Davis Cup Team, Spanien mit Superstar Rafael Nadal, und das Aufsand. Was meint ihr? Packt Deutschland trotzdem den ersten Halbfinaleinzug seit elf Jahren? Jetzt abstimmen! Alle Infos zum Davis Cup bei Eurosport.de Spanien mit Superstar Rafael Nadal Spanien mit Superstar Rafael Nadal